Der Pietro Dalcero ist der Amarone della Valpolicella aus dem Hause Cadefrati, die sonst für ihren weltberühmten Luganer bekannt sind. Beim Amarone werden die Trauben vor der Pressung getrocknet, auf Strommatten klassisch, in offenen Scheunen. Und so verliert die Traube Wasser, bevor sie gepresst ist und die Aromen intensivieren sich. Das merken wir hier auch bei diesem Amarone enorm. Wir haben ganz intensive Aromen von getrockneten Früchten, Rosinen, aber auch ein bisschen Leder und wir nehmen einen ganz tollen Holzeinsatz vom Hause wahr. Der Wein eignet sich ausgezeichnet als Begleiter von schweren Schmorgerichten und einfach so vorm Kamin.